Die Corona-Krise hat den Bedarf an psychologischer Betreuung deutlich erhöht. Um ein ausreichendes Angebot für diese Nachfrage zu schaffen und Wartezeiten zu verringern, fordern die Freiheitlichen eine verstärkte Einbindung von privaten Psychologen in den Landesgesundheitsdienst. Die Nachfrage an psychologischer Betreuung, an psychologischer Hilfe, einerseits durch die Corona-Pandemie stark angestiegen, andererseits kommt jetzt ein neues Phänomen, nämlich jenes des Krieges in der Ukraine, dazu, wo wir auch schon merken und wissen, dass es nicht nur Kinder und Jugendliche sind, die Angst haben, die Unsicherheiten spüren, sondern quer durch alle Altersgruppen. Und in unserem Beschlussantrag geht es in erster Linie darum, dass wir die privaten Psychologen, die freiberuflichen Therapeuten in die öffentliche Struktur mit einbinden, als Ergänzung, dass jene Patienten, die sich vielleicht jetzt im ersten Moment aufgrund ihrer privaten Situation es sich nicht finanziell leisten können, eine private Struktur aufzusuchen, dass denen eine Rückerstattung ermöglicht wird, wie wir es ja auch aus anderen Bereichen bereits kennen. Das soll kein Konkurrenzdenken sein, das soll auch kein Gegeneinander sein, sondern das soll so verstanden werden, dass private Psychologen, private Psychotherapeuten diese Nachfrage, die der öffentliche Dienst vielleicht nicht immer alleine abdecken kann, mit eingebunden werden, damit rasch und bürokratisch jeden, der sich in einer Ausnahmesituation befindet, der in Momenten, wo er das seelische Gleichgewicht verliert, auch rasche Hilfe erfährt. Das ist ein Konkurrenzdenken.